Ein plötzlich abgebrochener Notruf führt Stefan Sinderer und Paul Richter zu einer Gesamtschule in Köln-Ehrenfeld. Es ist der Beginn eines nervenzerreißenden Einsatzes. Meinst du, ein Lehrer ist überfallen worden oder was? Oder jemand hat hier seine Atemtasche verloren? Keine Ahnung. Einmal Person. Scheiße. Hey, Waffe, hast du gesehen? Ja, liegt vor mir. Hallo. Ja, du hast was auf den Nasenrücken bekommen, ne? Einmal Luftschuld, die Polizei ist da. Hey, die Waffe ist scharf. Gib mir die Waffe. Hä? Gib mir die Waffe. Die ist scharf. Pass auf. Pass auf, ich guck mich hier um, nicht, dass das hier irgendein Lauf ist, ne? Ja. Wach werden. Hier schön wach werden. Schön langsam, ganz langsam. Polizei ist da. Hallo. 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 Hinter der Tür ist jemand, ne? Können Sie mal bitte rauskommen? Hey, hallo. Kommen Sie mal bitte raus. Ist hier noch jemand drin, ne? Nein. Nehmen Sie mal bitte die Kopfhörer raus, ja? Entschuldigung. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ja. Darf ich das mal kurz haben? Würden Sie sich bitte auf den Schulhof begeben? Okay. Ja? Stefan Zenderer befürchtet, dass der verletzte Lehrer nicht das einzige Opfer ist. Die Spurenlage ist besorgniserregend und es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Schüler und Pädagogen in Gefahr sind. Denn der Täter könnte noch eine andere Waffe bei sich führen. Was mich jetzt natürlich extrem beunruhigt, das sind diese Blutspuren, an denen wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind. Da haben wir jetzt keine Personen gefunden. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal in diesem Gang nach. Wir müssen von einer schwer verletzten Person ausgehen. Die Blutspur führt hier auf jeden Fall weiter und hier sind weitere Blutspuren. Und die enden hier zu diesem Raum. Das heißt, ich kann jetzt selber nicht ganz zuordnen. Gehören die Blutspuren jetzt jemandem, der tatsächlich verletzt ist oder möglicherweise einem Täter? Hey! Wer bist du? Haben Sie den Mann? Wer? Haben Sie den Mann? Da war ein Mann. Da war ein schwarzer, maskierter Mann. Ich bin hier reingerannt. Ich habe Angst bekommen. Ich habe Nasengluten bekommen. Ist das ganze Blut hier auf dem Flur? Ist das von dir? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. Okay, ist alles gut. Wie heißt du denn? Friedolin. Friedolin. Okay, wenn du sonst keine weiteren Verletzungen hast, ja, dann würde ich sagen... Ich habe auch schon meine Mama angerufen. Kommt ihr hierher. Die holt mich ab, ja. Das ist gut. Pass auf, hast du noch mitbekommen? Vorne liegt ein Lehrer, der ist schwer verletzt im Eingangsfoyer. Hast du davon irgendwie was gesehen? Nein, nein, nein. Okay, wenn Sie einigermaßen klar bei Verstand sind, Sie jetzt nicht unmächtig werden, Ihnen nicht schwindelig wird, sich nicht übergeben müssen. Sie haben einen Platzwunder auf der Nase. Einen Rettungswagen habe ich einbestellt. Wir haben einen Notruf vermutlich durch Sie bekommen, der dann abgerissen ist. Können Sie sich daran erinnern? Oder können Sie mir dazu was sagen? Also ich weiß, dass ich eigentlich nach Hause wollte, um Feierabend zu machen. Und dann kam auf einmal eine Gestalt und hat versucht, mich niederzuschlagen. Also es ging alles ziemlich schnell und der war auch sehr vermummt, sodass ich halt nicht so genau sagen kann, wer es jetzt war oder was er für Merkmale hatte. Ungefähr meine Größe. Zur gleichen Zeit überprüfen die Kollegen auf der Wache die Seriennummer der sichergestellten Pistole und können tatsächlich den Halter auswendig machen. Ja, hör mal, ihr seid ja gerade an der Schule draußen. Wenn ihr fertig seid, gebe ich euch gleich mal eine Adresse und dann müsstet ihr mal vorbeifahren. Da haben wir den Besitzer der Waffe ermittelt. Das ist ein Herr Groß, Grubenbecherstraße 5, hier in Köln. Ja, bedankt, habe ich mit. Äh, Groß, auf den ist die Waffe registriert. Sagt den, er hat irgendwas. Jochen Groß. Groß, wie klein. Also, das ist ja ein unhöflicher Kerl, ein Pflege vorm Herrn. Also, das ist, das ist der Vater vom Marvin Groß. Äh, also das. Schüler, also Marvin ist ein Schüler und das ist der Vater vom Schüler. Genau. Ja. Und das ist so ein Pöbel, ein Ach vorm Herrn. Man weiß überhaupt nicht, was man dazu sagen soll, weil der Marvin, erst gestern noch, gestern hat er Friedolin noch angepinkelt, da hinten auf dem Schulhof, was ich gesehen habe. Und daraufhin habe ich dann dementsprechend die Suspendierung von Marvin veranlasst. Und ich kann mir schon genau vorstellen, dass derjenige mich hier überfallen hat und versucht hat, niederzustrecken. Die Situation ist natürlich eine angespannte. Einmal haben wir die Waffengeschichte überhaupt in der Schule. Dann haben wir den Verdacht, dass es sich hier zumindest aufgrund der aufgefundenen Waffe um einen, ähm, um einen Elternteil handeln könnte, das nicht zufrieden mit den Maßnahmen der Schulleitung oder des Lehrers ist. Hier geht es um eine Suspendierung vom Unterricht. Wir werden als nächstes versuchen, mit dem Herrn Groß zu sprechen und Klarheit zu finden, was das mit den Waffen auf sich hat. Der scheint ja besitzen zu dürfen, aber wenn der sich so verhält, die längste Zeit. Ja, aber ansonsten lass ich die direkt dann zur Wache bringen, ne? In dem Zustand, wie er ist. Das ist ja leicht schockig. Ja, ja, ist klar. Wir gehen jetzt mal zu deiner Mutter, ja? Komm. Forensikerin Ava Kremin hat das Handy eines Mitschülers, der die abscheuerliche Mobbing-Attacke auf den 16-jährigen Fridolin gefilmt hatte, ausgewertet. Es wurde gestern von dem angegriffenen Lehrer sichergestellt und an die Polizei übergeben. Der widerwärtige Angriff lässt selbst die erfahrenen Beamten erschaudern. Das Video wurde mit sichergestellt bei einem Mitschüler, der das wohl einfach aus Spaß mitgefilmt hat. Aus Spaß mitgefilmt? Ja, ich weiß auch nicht, wie man dabei Spaß haben kann. Das ist ja widerlich. Also der ist jetzt angegriffen worden? Der wurde anordiniert, ja. Aber das ist nur das einzige Video, was du gefunden hast, hast du gesagt? Das ist das einzige Video, genau. Sonst haben wir nichts mehr, okay. Ja, und aus Spaß mitgefilmt. Ich weiß noch nicht, wie man an sowas Spaß haben kann. Ja gut, der dient ja einfach nur, sag ich mal, um das eventuell in soziale Medien reinzusetzen, um dann zu schauen, wie ist die Reaktion da drauf. Das ist einfach eine Soh. Ich bin nicht vorbeikommen mit dem Vorfall heute. Micha? Ja? Nee. Die Frau Ernst ist bei Jumus von Fridolin. Frau Ernst! Oh, hallo. Guten Tag. Wir sollten ja nochmal zum Gespräch vorbeikommen jetzt. Das Wort ist wir. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo der Fridolin ist. Der ist weg. Wir sind noch kurz nach Hause gefahren, weil der ja so Nasenbluten hatte nach der Schule und wollte sich verschmachen. Heute nach der Schule? Ja, und jetzt ist er nicht mehr zu Hause. Ich weiß nicht, wo der ist. Ist er von zu Hause abgehauen oder? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab einmal noch kurz telefoniert. Er war im Bad und ich weiß, hab keine Idee, wo er ist. Ich erreiche ihn auch auf dem Handy nicht. Kommen Sie mal kurz rum. Kommen Sie mal kurz rum. Nehmen Sie kurz Platz. Das wäre natürlich schön, wenn wir ihn mal selber gesprochen hätten. Gerade zu diesen Dingen. Wie hat er sich in den letzten Tagen verhalten? Ist er heute irgendwie aggressiv zur Schule gegangen, wo er gesagt hat, so nach dem Motto, ich hab jetzt mal Rache gelöstet, ich werde jetzt mal mich durchsetzen oder was? Oder war das so wie jeden Tag, dass er Angst gehabt hat, überhaupt in die Schule zu gehen? Also mein Fridolin ist wirklich nicht aggressiv. Er ist der liebste Mensch auf dieser Welt. Und ich weiß auch nicht, warum ihn da seine Mitschüler so ärgern. Er ist aber auch recht still, also auch mir gegenüber. Wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis, aber... Ist er denn schon mal von zu Hause abgehauen? Ne, nein, noch gar nicht. Okay. Haben Sie mal die Telefonnummer von Ihrem Sohnemann? Hat er ein Handy? Ja, klar. Können Sie mir mal die Nummer geben? Vielleicht kann ich von hier aus mal über anonym. Ja. Hat er das Handy mit? Ja, aber ich erreiche ihn nicht. Also ich hab's jetzt schon mehrfach versucht. Ja. Wir können vielleicht mal versuchen, das zu orten. Oder hat er irgendwelche Anlaufadressen? Hat er Großeltern oder so, wo er sich häufiger aufhält? Oder haben Sie das alles schon abgefragt? Ja, also die Großeltern wohnen nicht hier in der Stadt. Also da... Hat er denn Probleme mit Lehrern oder... Wie heißt denn der Lehrer, der hier heute... Ähm, ja, das ist sein Lehrer wohl, der Herr Mansfeld. Mit dem hat er keine Probleme. Also ich hab da eher ein Problem, ehrlich gesagt, weil ich den tatsächlich vor einer Weile schon mal angesprochen hatte. Allerdings ohne, dass er Friedolinas wusste. Weil ich schon mal das Gefühl hatte, dass er halt geärgert wurde von jemandem. Und er wollte mir das aber nicht sagen. Der hat halt mal ein Handgelenk... Am Handgelenk hab ich mal einen blauen Fleck gesehen. Und ich hab irgendwie gedacht, nicht, dass da in der Schule was passiert. Und ich krieg das nicht mit. Und er ist irgendwie zu schüchtern oder zu stolz, mir das zu erzählen. Und dann hatte ich den Lehrer schon mal kontaktiert, den Herrn Mansfeld. Und der hat einfach so ganz großspurig zu mir gesagt, ja, die Jugend von heute und die regeln da schon Dinge untereinander. Und das ist schon alles okay so. Mobbing in der Schule kommt natürlich immer, immer wieder vor. Und ich kann nur immer wieder sagen, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Man möchte nicht selber gemobbt werden. Und dementsprechend darf man auch auf gar keinen Fall selber zum Mobber werden. Und auch niemanden ausgrenzen. Ich finde, Mobbing ist das Allerletzte. Ja, die Situation hier vor Ort ist die, wir möchten gerne den Besitzer der Waffe mal ansprechen. Die ist registriert auf den Herren Groß. Wie wir wissen, ist der Sohn normalerweise auch auf der Schule. Mal gucken, was er sagt. Schönen guten Tag, Herr Groß. Ja, morgen. Guten Morgen. Wir kommen gerade von einem Einsatz. Und da haben Sie leider zwangsweise mit zu tun. Sie besitzen Waffen. Ja, stimmt. Zumindest eine. Ja, mit dieser einen Waffe wurde jemand niedergeschlagen. Das heißt, da frage ich mich, wo bewahren Sie Ihre Waffen auf? Ja, ich habe unten einen Waffenschrank. Und den würde ich mir gerne mal angucken. Ja, dann... Zeigen Sie es dir auch mal. Im Keller stellen Paul Richter und Stefan Sindera fest, dass im unverschlossenen Waffenschrank nicht nur die Pistole fehlt, die in der Schule gefunden wurde, sondern auch ein Jagdmesser. Wenn der hier einen Waffenschrank... Was sagen Sie, ist das sein Zimmer? Oder was? Wo ist sein Zimmer? Ja, da ist sein Zimmer. Hier ist sein Zimmer? Ja. Wenn Sie natürlich den Waffenschrank direkt neben seinem Zimmer platzieren, dann können Sie auch beim Alkoholiker direkt das Schnappschränkchen daneben stellen, ne? Ja, gut. Wie ist denn in Mansfeld? Kennen Sie den? Den Lehrer? Den kenne ich, ja. Wieso lachen Sie dabei so? Ja, der ist Lehrer von meinem Sohn an der Schule. Und also ganz ehrlich, ich glaube, der übertreibt immer maßlos und hat auch so ein bisschen, glaube ich, seinen Beruf verhält. Was heißt, der übertreibt immer? Ich glaube, Ihr Sohn hat da auch ein bisschen übertrieben, ne? So wie ich das aufgenommen habe, muss der Marvin wohl einem seiner Mitschüler nicht nur zugesetzt haben, sondern da ging es wohl auch darum, dass, ich sag's jetzt mal ganz salopp, dass der danach irgendwie durch ihn angepinkelt wurde. Sie wissen ja auch, wie der Frühjahr haben. Man sagt ja langläufig, das Kind ist immer das Produkt seiner Erziehung. Da fällt es mir natürlich sehr schwer oder eigentlich auch sehr einfach, wenn ich an den Herrn Groß denke, wie Lachs und Lapidar, der mit Waffen umgeht und dass er überhaupt irgendwie keinen Bezug zu seinem Sohn hat, dass er überhaupt weiß, wer das ist und dass er so Sachen, das ist ja die extremste und schärfste Art von Mobbing, wenn jemand einen anderen da anpinkelt. Also auf so einen Gedanken würde ich überhaupt nicht kommen. Also wenn das die Erziehung ist, dann wundert mich auch nicht, warum der Marvin so abgeht.